Wir sind hier offen, ganz offen, die Knälen. Und dann haben wir das schon, dass wir das schon lange hält. Ja, wir sind ja 76 Schrauben. 76? Wir haben alles verkohrt. Sind Sie schon so lange hier? Ja. Haben wir schon. Ja, 76, 77, so. 78 kann ich hier nur mit dem Auto noch an der Kehr. Haben wir dem Schild kaputtgefahren. Ja. Weißen, da verlaut, das kaputtgefahren hier. Ich komm doch von oben oben, da kommt der Polizei mir noch entjagt und war am Winken. Und du ja nicht auf die Bremse, da war der Spiegel glatt und da hängst du ein LKW am hier oben. Und da haben dran, am hier oben stund die Polizei und da schlug du auf der Landseite. Am hier oben, ja. Nee, du hängst Schmerzen mehr, ich nimm den E-Fla-Plan. Ja? Ja, ja. Ja. Ja, das hat er doch sehr früh. Ja, nee, die Sprachkultur muss bleiben. Ja, das ist tatsächlich. Ich kann ja, ja, okay, richtig, ja, ich kann schon Hochdeutsch, einfach, äh, schmerzen schon. Aber man mag die, äh, exzente mal dran, ja? Immer, ja, man hat schon lange Köln geschafft und dann habe ich auch das Köln schon noch mal dran. Ja. Aber so daheim schmerzen, wenn man nicht noch bleibt. Ja, ja. Ja, da muss er. Ja, ja, genau. Genau. Na, Chef, so ist das. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Ja. Ja, das ist ja hier doch heute bisschen frisch, wenn man von Bonn kommt. Ja, ja. Ja. Guck mal hier, wir anschauen. Ja, aber das kommt ja, kommt ja, die Leute kommen ja, es ist ja laufen. Für Weihnachtsmarkt hast du wann? Äh, Tratte, Tratte, Tratte. Ach, das steht ja schon. Tratte. Können Sie gerade Werbung zum Markt? Ja, dritten Advent haben wir Weihnachtsmarkt. Dann sind wieder los. Dann sind wieder alle eingeladen. Dann sind wieder alle eingeladen. Alles öffentlich. Ja. Oh, hier kommt mir die Hotte. Hey, Mann. Jetzt guck mich mal an hier, ne? Ja, Mann. Wie ist doch denn das? Hör mal. Du alter Österreicher. Ja, du alter Barzi, du. Ja, das ist richtig gut. Und das passt? Das passt, das passt. Hier ist doch ja noch Luft drin, ne? Ja, alles super. Ja, schön hat das gemacht. Hast du drinnen geparkt, ne? Ja. Ja, ja. Sprinter haben wir geparkt. Und alles super. Also jetzt pass auf, jetzt hier Butter bei die Fische. Das ist mein Mentor im Mahlen und einer meiner Besten. Freunde, die ich habe, ne? Ja. Ja. Natürlich deinem Puppi auch. Ja, Puppi. Komm schon mal hier. Aber ganz schnell. Hätte er keine Staatsfrau war. Das ist meine kleine Löwin, ne? Perfekt mit dem Dirndl heute hier im Rheinland. Königin der Löwin. König der Löwin. Ja. 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 Das ist meine Frau. Nein, meine Frau. Die ist bei dir. Ja, Engelchen. Engelchen, hör mal. Der Alte ist total hier am Abräumen hin. Der hättest du nicht alt. Beeil dich mal. Sonst hast du den Herr nur noch hier viert halt danach liegen, ne? Ich kauf dich. Ich kauf dich. 80 Euro. Lassen die Frauen hier. Ich schiff dem Alten die 80 Euro. Der kommt morgen und will dich wieder haben. Dann kostet er dreifache. Dann machen wir halbe halbe. Tschau, tschau. Da sind sie doch schon. Ja, hier bist du ja schon. Ich bin das doch gar nicht. Ich bin das doch gar nicht. Stimmt, ich stimme euch beide. Ja, ja, ja. Hör mal, ich hab noch nie zwei Weiber für 40 Euro ein Stück gekauft. Hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal. Das war ja auch ein Sonderangebot. So, und jetzt gibt's aber das Foto, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir warten. Jetzt. Ja, genau. Und was ist er denn da? Hat er für Facebook die Aufnahme oder was? Ja, super. Die zwei zicken noch rum, weißt du. So, wo ist die Hase? Die träumen sich noch ein bisschen. Die sind noch nicht schmilig. Die müssen dir erst noch ein bisschen weich machen. Ja, die zwei. So muss das sein. Ah, super. Wie sieht das aus? Das ist mir der Beste. Das ist einer meiner treuesten Fans. Das kannst du ruhig mal da mit in dem Video erwähnen. Er macht ein Video. Ja. Das ist der Beste. Ja. Ja. Na, Lumpi, so ist das hier. Ja. So muss das sein. Ihr könnt nachher hinten, wenn ihr hinten rausrollt, kannst du aufschließen. Machst die Riegel auf, aufschließen. Ja. Das ist ja dann ebenerdig, ne? Aber was hast du denn für Fifi? Ja, wer bist du denn? Ja, wer hat dich denn da reingeprügelt in das Feld? Hör mal, du sollst mal ne Socke werden, ne? Du solltest mal ne Socke werden. Jawoll. Ja, schimpf du mal. Ja, schimpf du mal, ne? Ja, Menni. Ja, du kleiner Nervöser. Du warst früher auch nicht Kind, wahr? Du solltest mal ne Socke werden, ne Wollsocke. Ja, Menni. Ja, schimpf du mal. Ja, schimpf du mal. Ja, schimpf du mal. Ist der Hund versichert? Ja, versichert. Lass ihn laufen, lass ihn kaputt machen. Der kannst du nur alles auf dem Boden kaputt machen, aber ist egal. Ja. Oh, die können auch umspringen. Ja, da können die. Die Ria Colonia hier. Wir hatten der Entekloppe. Und heute ist der Käferkloppe. Ist das nicht ne geile Sache? Komm, jetzt sehen wir mal rum hier. Also das sind die ganzen Herrschaften. Ja.